Wenn ich einläufe, dann schaue ich meistens mal rundum im Stadion, wie viele Leute da sind, wie die Stimmung ist. Ich suche das wirklich zum Aufsuchen. Im Spiel kriegt man nicht mehr so viel mit. Da bin ich wirklich am Coachen. Da bin ich voll auf den Ball fixiert, auf meine Mitspieler. Von außen kriegt man nicht mehr so viel mit. Nach dem Bundesheer war ich im Prinzip beim FCH in der Regionalliga. Mein großes Ziel war es immer, Profifußball zu werden. Die Möglichkeit hat sich bis zu dann nicht ergeben. Es war ein Übergangsjahr. Zum Glück hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich mit meiner Familie, mit meinen Eltern, im Familienbetrieb auf der Tankstelle mitarbeiten konnte. Ein Jahr lang. Es war wirklich so, dass ich von acht bis zehn Jahren immer trainiert habe. Am Arbeit waren jeweils die Einheiten mit dem FC Hart viermal in der Woche. Am Mittwoch, als der freie Arbeit war, habe ich dann eine zusätzliche Darmann-Einheit absolviert. Mit meinem privaten Darmann-Trainer. Ich bin wirklich stundenwiesen da im Tankstellerhäuschen gehockt und habe mir dann vorgestellt, wie es ist, im Profibereich zu sehen. Ich bin oft angehockt und habe mir gedacht, ich hocke jetzt da. Andere können jetzt trainieren. Ich verpasse was. Und ja, es war einfach eine total lehrreiche Zeit. Und es war schon ein tolles Erlebnis, wo ich dann nach dem Jahr es wirklich geschafft habe, das Sturm Graz zu wechseln. Ich bin der Martin Cobras. Ich bin Darmann beim SC Rhein-Dorf-Altdach. Ich bin Darmann beim SC Rhein-Dorf-Altdach.